ja wir haben 222 abos geknackt wie vorhin da in diesem video ist jetzt das dritte video hier war noch mal online kostet bei pokemon go geld so jetzt kommen wir zum inneren teil ihr wollt mir private mails mal schreiben hier steht die e mail da könnt ihr müsst ihr nur den muster eingeben bei kanal einfach das muster da eingeben mit den buchstaben die musst du dann eingeben und dann seht ihr die e mail ja so das war es eigentlich und jetzt sehen wir uns gleich noch kurz kurz das hat youtube auch neu gemacht ich habe jetzt das so gekriegt du hast keine unheilbrechungswarnungen also da ist noch ein smile drin wird es so denn so und dann schlecht so status community rechtlinien du hast keine verwarnung wegen verletzung der verletzung der community restlinien okay das wird alles neu gemacht hier ja okay wir kommen gleich wieder nach mit gott so leute hier kommen wir zum hater kommentar ja lauter hater dieser kleine kitty denkt gaming tv so meine heimat wie schön die von oben aussieht ich mir aber sowas von scheiß egal wie deine heimat von oben aussieht digga wieso dieses mädchen das setzt sich bei der post hat sich deine mülltüten auf dem kopf auf ja weil das so ist das ist meine entscheidung wer mein guter ist also darf ich das entscheiden vielleicht gehabt wenn schon ohne schreibfehler die förderschule auf deiner assi schule in ich bin auch damit zufrieden und das juckt mich gar nicht was der mir schreibt das ist ein witz das ist ein witz das ist sowas von ein witz leute ja und ich bin auch noch für das schule ist das schlimm ihr guckt meine videos euch gefallen meine videos und ja ich habe eine nachricht gekriegt bestimmt eher ich kann ja mal gucken wir sehen uns gleich mal einen kurzen cut nee war er nicht aber egal so so würde ich sagen an diesen scheiß hater hier ich schreibe einfach nur danke 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 gaming tv ja ich bin für die schule ist das schlimm ja ist schlimm ne ja scheiß real schule ja was du für ein piss bist ja leute das war es eigentlich mit der achso ne ich komme jetzt zu der info hier sehe ich dann eure in diesen ordnern von nachrichten hier habe ich das letzte mal so einen test gemacht mit meinem anderen kanal hallo ihr könnt mich mal ich wollte nur mal was testen habe ich einen anderen test gemacht habe ich genehmigt ja ob das funktioniert hier wahrscheinlich ist spannend und hier sind die gesendeten Nachrichten dann drin die ich an jemanden youtuber gesendet habe ja hier sind eure Nachrichten drin also sendet mal an diese schwarze liste da sind eure Nachrichten drin genau so sendet da ein paar mal Nachrichten wenn ihr geschäftliche anfragen wollt oder mich mal was privates anfragen wollt oder mit mir mal eine Folge drehen wollt und 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 dann würde ich sagen das war es wieder mit dem Video ich bin raus haut rein adios amigos adios adios adios